Ein wunderschönes Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Memoria, Part Nr. 11. Ich bin der Drake und neben mir sitzt der Dodo natürlich und danke für diese mega awesome Anwalt. Jawoll, wir haben es mal wieder geschafft. Wir haben uns mal wieder selbst übertroffen. Ich habe nicht gesagt, dass ich besser bin, sondern ich habe gesagt, wir haben uns mal wieder übertroffen. Ja, weil ich das aber gemacht habe. Meine Anwalt war so ein Tiefpunkt von Bösel. Ja, 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 ja. Suck my awesome dick, Alter. Ja, dein little dick, meinst du so sagen. Ist ja auch egal, weiterspiel, ich spiele jetzt weiter. Na, das will ich. Guck auf deine Uhr, Alter. Ja, guck auf meine Uhr an. Warum machst du nicht deine Uhr an? Halt auf den Maul, Jung. Ich punch dich. Du punch mich. Aber nur, wenn dein Arm dabei nicht abbricht, ey. So. Ja. Hält ja schon aus. Mach mal jetzt Titanium für stärkt. Ja. Mach jetzt mal die Uhr an. Kannst du schon mal rumflicken, ja. Kann dir das schon mal rumflicken. So, natürlich, die Tafel. Nein, ich kann sie ohnehin nicht lesen. Kannst du das nicht? Vielleicht kannst du das doch. Setz doch mal. Wie machst du das? Ist der vielleicht lang? Nein, das ist es nicht. Die Tafel ist unwichtig. Die Tafel ist sicher nicht unwichtig. Mit der Kugel folgen mir die Elementargeister wie Motten dem Kerzenschein. Ah, ah. Okay. Jetzt müssen wir aber irgendwie das Ding, das ist okay. Wir müssen den Stab befreien. Den brauchen wir doch nicht. Wozu brauchst du den Stab? Den Zauber können wir auch so an. Ja, der ist jetzt unwichtig. Aber vielleicht können wir den Stab so verbrechen. Nö. Nö. Warum? Weiß ich nicht. Nö. Ich meine, das ist kein Handsymbol oder was auch immer. Man kann ihn nicht mehr mitnehmen. Das ist ein Sprechsymbol. Du kannst doch mit ihm reden. Ja, das ist wahr. Ja, ja, ja. Was auch immer sie sagt. So, hier war ein Tafel. Wie die Zeit abgelaufen. Sie müssen mich verscheißern. So, das war's für dich. Ja, am Arsch war das für mich, ey. So, setz die Maske auf. Ich hab schon gesagt. Du kannst sie nicht anklicken. Ich hab gesagt, setz die Maske jetzt auf. Und wir werden jetzt nochmal mit rechts in den Dinger aufsetzen. Sie entzieht Menschen ihre Erinnerungen und lässt sie als leere Hüllen zurück. Das macht mir Angst. Ich werde sie erst wieder aufsetzen, wenn ich diese drei Kammern gefunden habe. Er wurde zu einem kleinen Kristall gepresst. Ich schätze, der Zauber nimmt es nicht so genau, in welche Gestein sei der jemanden verwandelt. Ich will nicht zum Gestein sein. Ich will zum Untergrund sehen. Ich spüre einen Schlagen. Geister des Wassers. Er hebt euch. Jetzt hab ich der Fisch wieder rein. Ich muss noch den Eisgeist holen. Da bin ich jetzt auf dem Weg hin. Wo ist der Feuergeist? Da. Ja, aber wo ist er da? Da. Nicht da drin. Alles auch. Nix zeigt. Ich hab noch nicht rumsengepasst. Der Junge hat immer noch nicht das Spiel von uns nicht verstanden. Das ist ja gut, ey. Da muss aber stehen, damit du es benutzen kannst. Da steht auch nichts. Das ist aber... Das ist einfach nur eine Feuersphäre. Ja. Das ist... Und vielleicht im Untergrund drin. Da, wo die beiden Leute vorhin getagt haben. Am Tisch. Zum Ersten. Wo ist denn jetzt? Zur Bibliothek, da, wo ich... Okay. Wo die hier ist, weiß ich nicht. Vielleicht die Eisstatue. Das ist mit... Ich könnte sagen, jetzt mit Sicherheit die Eisstatue. Hier. Aber überhaupt, ey. Ich meine, mehr ist hier nicht zum Anklicken. Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Was? Na, 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 na. Wollte ich zweimal klicken? Einmal? Keine Antwort. Was ist das denn nicht? Das wird niemals gehen. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und man hat auch noch nicht erklärt bekommen, warum man dich jetzt einsameln soll. Brauchst du bestimmt. So. Wie ist das denn da irgendwo? Ist das denn da irgendwo? Ist das denn lesisch hoch? Ist das denn hier schon? Wieso funktioniert das denn? Vielleicht ist das in den Büchern. Meinst du, dass es in den Büchern ist, der Geist? Aber die fliegen da ja auch immer raus und der macht da ja gar nichts. Die fliegen da ja von alleine raus. Sie sagt ja, warum sind die Bücher so kalt. Wer auch immer du bist. Das ist das Eiselement. Wir haben das Erdelement, das Eiselement und das Wasser-Element. Und weißt du, das Luft-Element ist bei uns im Zimmer. Das kann ja überall sein. In unserem Gästezimmer, das hat uns nämlich schon getragen, das Luft-Element. Ja. Ja. Ich denke mal, es wird überall sein, an dem Fenster. Kannst du das wollen. Aber dann bleibt ja nur noch das hier als Feuerelement. Ja, unten. Keller. Das ist das Erzlabor. Du kannst ja noch reingehen. Weiter rein. Durchs Tor. Da ist doch eine Halle. Willst du? Achso, ja. Dann können wir da runter und nach oben. Gerade mal eine Rath-Halle. Da ist das Feuerelement. Meinst du? Nein, das gehe ich mal von raus. Oder? Die ganze Laterne. Guck mal da. Die Laterne sieht ganz komisch aus. Ja, die Laterne sieht wirklich komisch aus. Mal schauen, ob das wirklich das Feuerelement ist. Vielleicht auch das Lichtelement. Geist des Feuers. Gehe mit mir. Ich bin Tide, ich bin einfach Tide. So eng. Aber so eng. Eng und feucht. Ja. Komisches Drache. Komisches Feuerelement, ne? Ja. Ach, jetzt. Das sieht aus wie Sauron, leider. Ja, mindestens. Wunder. Auf jeden Fall. Gewölbe. Ja, macht sehr nütz. Das ist erstreckt das Unendliche. Wie zieht denn ganz hin? Weißt du, wie das... Ich hab das Zeichen gefunden. Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Raum. Ich hab aber ein Zeichen gefunden. Siegel. Ja. Den reicht aber eigentlich, ne? Wir sagen eigentlich. Was machst du jetzt? Ich bin so geil. Ich bin so genial. Den Hocker. Schöne. Ich spüre die Maske in meiner Tasche. Es ist, als würde sie mich dorthin ziehen. Guck mal, ob wir überhaupt schon was machen können oder ob wir erstmal weitermachen müssen. Jetzt kannst du zaubern, vergiss es nicht. Ich muss jetzt mal gucken, was er überhaupt ist in der Umgebung. Ich hole dir jetzt in der Inventar durch Dübelst. Oh, das Grauschen von den Nerven. Guckst du auch einen Nerv so ab, ey. Das geht nur bei magischen Artefakten. Ja, jetzt sitze ich hier. Und jetzt? Da musst du gucken, was du anklicken kannst. Pflanzen. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Ja, das glaube ich nicht, dass alles gut ist. Mit meinem Zauber könnte ich sie alle versteinern. Mit meinem Zauber könnte ich sie alle versteinern. Sollen wir die verzaubern, ja? Da hast du deinen Tipp. Wer zaubert in meiner Kammer? Ja, ich habe so lange geschlafen. Bitte weckt mich mit eurer Magie. Ja, da ist noch eine Pflanze. Wie müde ich auf einmal werde. Erschrecke nicht. Erschrecke nicht. Bleibe sitzen. Es gibt etwas, das du wissen musst. Hör gut zu und du wirst verstehen. Es war einmal Satinav, der Wächter der Zeit. Was auch immer geschieht, geschehen sollte und geschehen war, schrieb Satinav in sein Buch der Zeit. Wer von den im Buch beschriebenen Wegen abweg oder sich anschickte, die Zeit neu zu schreiben, den bestrafte Satinav mit dem Schlimmsten, was einem Wesen je widerfahren konnte. Er riss die arme Seele aus ihrer Existenz, als habe sie nie existiert. Was heute niemand mehr weiß, Satinav hatte einen Diener. Mich, den Zeitschen Mnemo Remnon. Im Namen meines Herrn durchwandelte ich die Zeiten, bestrafte die Ketzer und heilte die Risse, die durch ihre Ketzereien im Gefüge der Zeit entstanden waren. Ich war mächtig. Und doch war ich nur ein Diener. Ein Diener der grenzenlosen Willkür eines verhärmten Meisters. Es kam der Tag, an dem sich all dies ändern sollte. Als eine Frau mit ihrem toten Sohn vor Satinavs Antlitz trat. Sie flehte um das Leben ihres Kindes, um eine Richtigstellung der Zeit. Doch Satinav, in seiner unendlichen Grausamkeit, wollte nicht hören. Nur ich. Ich hatte Mitleid mit dem Wesen. Und in einem Akt grenzenloser Güte erschuf ich mein mächtigstes Werkzeug. Eine Maske. Meine Maske. Und ich gab sie an das Wesen, auf das niemals wieder jemand etwas Kostbares verlieren musste. Unheimlich. Ja, Siegut ist jetzt auch weg. Sehr schön. Dann haben wir hier nichts mehr zu tun, aber wir wissen ja, wo noch mehr Sieg sind. Es sei denn, das sind ja nur mehrere Teile. Aber die haben wir ja schon. Das ist bestimmt, weil er die Erz eingesammelt hat. Ein Teil des Siegels, ein Teil des Siegels. Wort gesagt, in der Kammer wurde im Wasser. Wort gesagt, das ist ein Teil des Siegels, dir fehlt noch ein anderes Teil. Ja, das ist halt der Lübe. Ja. Ein Glasding. Ja. Ich weiß nicht, Alter. Suche erst mal den Windgeist, würde ich sagen. Ja, ich weiß schon, wo der ist. Ich auch. Und nicht im Fenster. Du kannst ja nochmal vorher im Observatorium vorbeischauen. Da noch was dazu, wenn du schon hier bist. Ja. Nee. Draußen kann ich gehen, oder auf das Dach. Ja, draußen ist ja der Windgeist. Ja, da wäre... Obwohl, dann falle ich bestimmt runter, ne? Aber ich kann ja nicht sterben, oder? Dann schließt er jetzt so. Ich kann ja erst in den Tag den Kopf. Okay, jetzt musst du was auch machen. Ja, dann gehe ich mal ins Gästezimmer. Ja, jetzt... Ich darf nicht die Sphäre aus. Ja. Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ich bleibe mit nach draußen. Ha. Geht aber nicht. Vielleicht war der Windgeist ja eh die ganze Zeit vor. Ja. Geht mal von nach außen. Okay. Dann brauchen wir eins. Dann haben wir alles. Nee, eigentlich fehlt uns noch... ...das andere Element. Dung. Oder wie das heißt. Dung? Ja, dieses... Nein, dieses... Wie heißt dieses Element? Ach so, wollten wir ja noch gucken, wie das heißt. Ja. Das ist das eine, dass es dein Dung wäre. Blödsache. Aber haben die doch nie gesagt. Oder wie heißt das? Wie hieß... Wie haben die das gesagt? Dung ist das, ey. Wie hieß das? Was mit M? Ich gehe doch erst mal auf den Garten. Da machst du noch mal. Genau, da ist nämlich bestimmt der, der, die Natur. Das nächste. Ach so, ich gehe immer nur jetzt. Ich kann nun jederzeit zur Festung pflegen. Aber erst muss ich wissen, was es mit diesem Garten auf sich hat. Die Macht zu Kasim dort sind. Ich wollte die Festung gar nicht anklicken. Ist auf der See passiert. So nach draußen jetzt, du Dumme. Ganz so. Auf das Dach. Los. Und dann. Kannst du mich schon mal mit der Schlampe daraus schneiden. Was meinen, das habe ich nicht gesagt. Das S-Wort. Humus. So hieß das. Humus, ja. Oh, da müssen wir wahrscheinlich zu diesem Bild. Es. Jetzt geht da hin. Nerv mich nicht jetzt. Oder ist das das kleine Männchen da drin? Ist doch ein Männchen, oder nicht? Ja. Ja. Ich nutze doch einfach das Ding mit der Eilen. Yalla. Komm heraus. Ich will mit der Frau noch schnacken. Wenn's geht. Was machst du da? Psst, in der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Den hab ich jetzt. Sei bitte leise, ja? Ja. Dann brauchen wir jetzt die Kamera. Moment, da sehen. Ja, mach doch. Was ist das? Guck mal, da ist der Windgeist. Windgeist. Er reagiert nicht. Vielleicht ist er ein höheres Wesen als die anderen Geister. Guck mal, da wo er schwebt, ist die Raute. Da musst du alle deine Geister hinsetzen. Ja, aber erst, bevor ich das mache, kann ich die Maske aufsetzen? Nein, das macht er automatisch. Weil ich will ihn verzaubern. Einen Stein, damit er mich nicht mehr nerven kann. Ach. Du, Joffingel. Du, Joff. Sieg. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Ja, machst du doch jetzt. Und die Scheiße da hinten so patschen. Ey, wir werden jetzt noch die richtige Reihenfolge finden müssen, dann im Krieg zu kriegen. Aber hundert mitten in uns. Ich hoffe, es ist einfach egal. Aber einer fehlt. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft. Nee, ein Geist fehlt noch. Ja, was für ein Geist denn bitte? Da ist doch alles. Was war das denn jetzt? Du hast den Geist wieder aufgenommen. Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Aber welcher fehlt denn noch? Ich weiß das auch nicht mehr. Feuer, Wasser, Eis, Humus. Warte mal, vielleicht bräuchte es noch die Luft. Oder muss der da? Da fehlt einer noch. Du musst doch nochmal zurückgehen. Kannst du da ja lassen, dieser Latna. Hier ist er zumindest jedenfalls nicht. Vielleicht in dem Sphärenraum. Das kann natürlich sein. Da sind wir ja jetzt. Kann ich ja nochmal. Ich weiß hier dran gucken. Hast du da hingeklebt? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Lieber nicht. Ah, aber ich sehe hier auch nichts, was jetzt auffällig wäre. Das bringt mich nicht weiter. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Alter, dann fressen wir doch. Du sch***. Jo, alles gut. Gehen wir nach draußen. Was willst du denn draußen? Ja, da war ich noch nicht. Natürlich. Ja. Warum rede ich überhaupt nicht hier? Ich weiß, dass ich draußen war, verdammt. Aber irgendwas muss ich dir übersehen haben. Ja, da gehen doch alle Räume nochmal ab. Wo haben wir noch keinen Geist gewonnen? Entschuldige den Buben. Ja, das ist der Raum, der mir jetzt noch einfällt. Das ist die Drachen, Mann. Wassergeist, Eisgeist. Feuergeist. Das ist dann auch. Observatorium. Ranswale war der Feuergeist. War der Feuergeist. Wir hatten aber Humus. Ja. Unten war der Erzgeist. Hast du noch einen Raum? Wassergeist haben wir auch. Was war da? Dunkle Ecke. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Ja. Den brauchen wir auch noch. Was ist das? In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Aber wo ist die Geist ja noch mit? Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Das ist ein neuer Weg hier jetzt offen. Der ist hier nicht interessiert. Na, da hast du jetzt auch alles. Aber ich habe die Finsternis. Na, also. Wenn du wieder raus willst, kannst du auch hier unten klicken. Wenn ich dem Raum das Licht raube, verhelfe ich Kazim am Ende noch zur Flucht. Nein, das werde ich nicht tun. Vielleicht musst du hier den Sphäre noch mit dem Blick in den Dunkeln verbinden. Irgendwie hat man den Controller... äh, der Controller sag ich schon. Die Maus geradeaus. Da schon wieder. Ja. Was machst du da jetzt, will ich fragen? Und dann sammeln wir die alle wieder ein. Warum? Darum. Ich will Kazim nicht zur Flucht helfen. Du machst mich fertig, Alter. Du machst mich richtig fertig, wenn du schnisch willst. Darum sammest du dir jetzt ein? Ganz einfach. Weil ich versuche, ob ich dann den letzten auch noch eins nehmen kann. Komm her. Das geht nicht. Das geht nicht. So, aber du meinst... Nee, die Finsternis brauche ich ja nicht. Die Kugel und die Finsternis lassen sich offenbar nicht vereinen. Das ist der Einzige, dass du die aus der Lampe ziehen kannst. Verstehst? Da ist ja in der Lampe drin. Die hat ja die Lampe aufgesammelt. Was ist das letzte Element? Ja, das ist mir klar, dass das das letzte Element ist. Lieber nicht. Du hast noch dein Finsternis ausgebildet. So setzt du ihn hier auch. Kann ich ihn jetzt nicht versteinern? Ich will ihn versteinern, verdammt. Warum kann ich jetzt mein... Warum kann ich das Ding nicht ein-einsetzen, wann ich will, ey? Geht doch nicht. Wo ist eigentlich der Kriegstyper, Alter? Der ist auch einfach verschworen. Ich brauche den Stab, damit ich zaubern kann. Den brauchen wir nicht. Den werden wir auch nicht wiederbekommen, glaube ich nicht. Wir nehmen jetzt die Maske und den Kristall. Was hast du denn noch für den Inventar, außer die Geister? Außer die Geister, nur die Maske und den Kristall. Ich klicke mal nach links, geht das? Und das Symbol. Und den Kelch. Kannst du Alkohol in den Kelch schenken? Besser nicht. So, das Symbol haben wir. Das habe ich ja schon gesehen, die Kammer, die geheime. Blödsinn, dass man das drauf... Das Einzige, was ich jetzt natürlich machen könnte noch... Na? Wäre... Zu jeder, der Symbole gehen, da vielleicht nochmal die Maske... Falls sie sagt, ich benutze es für die Maske, das wäre... Einmal was in der Bibliothek? Einmal in der Bibliothek und einmal da, wo der Wasserkreis ist. Ja. So. Untergrund See gehen wir zuerst hin. Ja. Schauen wir uns hier das Ornament an. Ich gehe da hin jetzt. Weil da hinten ist irgendwie auch noch ein. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Was ist denn das Glas kaputt machen? Anders kann ich mir das nicht erklären. Aber wie weiß ich nicht. Kannst du es von hier unten überhaupt angucken, das Glas? Nö. Doch. Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Ich gehe fast davon aus, das... Versuch mal, das Feuerelement mit der Eisstatue zu benutzen. Ja? Meinst du, das funktioniert? Genau. Dass sie umkippt und dann voll aufs Glas rauf. Wirst du mal versuchen, ne? Ich glaube, das auch nicht, aber man kann ja mal gucken. Oder kannst du den Sockel extra anklicken? Ne, ne? Ne. Aber man könnte eventuell... Aber woher wisst ihr, dass das Netz am Ende halten wird? Was? Du darfst keinen Doppelkriegst machen. Der Geist gehört nun mir. Ich werde ihn erst zurückschicken, wenn er meinen Zweck dienlich war. Achso. Ich würde einfach Feuerelemente suchen. Der Geist sträubt sich. Das ist wohl nicht sein Element. Oh, das weiß ich doch so. Die muss umkippen. Wundert. Dann fällt sie da voll rauf. Ja, aber wie? Sag mal, ein Kristall bringt nichts. Mir fehlt die Vision. Ja, mir auch. Die Vision, mir nicht. Alkohol? Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Bullshit. Die Lappe. Nein, Bullshit. Nein, das ist Bullshit. Manche Rätsel sind ja Bullshit. Vielleicht kannst du dir schon heute die Maske aufsetzen. Völliger Blödsinn, weil sie da nie rankommen würde. Bis ich nicht weiß, was die Maske tut, lass ich sie in Ruhe. Du bist so behindert, Mann. Das ist so... Scheiße ist das doch, ey. Vielleicht kannst du ihn noch mal anschnacken. Die Kugel ist immer noch ein Fragezeichen. Aber wir haben ja hier den Sockel. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Da ist so ein Flügel drauf. Vielleicht kannst du darauf das... Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Der Windgeist benutzt. Ich hab einen Windgeist bei mir. Der ist unten gefangen. Den kann ich nicht mitnehmen. Ich weiß. Ja. Musst du ihn rufen. So, der Schnippe, die Schnippe, die Schnippe. Ach, der Schnippe, die Schnippe, die Schnippe, ja. Was soll das Eponia-Lied aus Delta? Also Windwaker. Also Windwaker, das ist schon der Community of Time. Und dann kommt sein Gefühl. Ich kann auf der anderen Seite Wasser erkennen. Ja, warum kannst du denn nicht einfach dieses Scheiß-Fenster kaputt machen, wenn dann? Dann hätten wir es schon recht stabil, wenn die Leute darauf umlaufen können. Die Statue muss darauf fliegen. Ja. Alles andere wäre doof. Wie soll ich die Statue jetzt darauf klatschen lassen? Ich weiß nicht, aber das ist 100%ig. Erzähl mir das mal, ey. 100%ig ist das aber so. Ja, und wie soll das gehen? Weiß ich nicht. Ich schnack doch nochmal mit dem Homo, oder? Ja, das mach ich jetzt auch. Heute wird mir nichts sagen. Der wird sagen, ja, du kleine Keile. Ja, sicher wird er das sagen. Oh, geh schneller, Mädchen. Ich bin ein Pädobär. Obwohl, ich hab jetzt die Maske. Er wollte ja, das ist die Rune. Ja, das sehe ich. Also werde ich jetzt erstmal mit ihm schnappen, bevor wir gehen auf den Traum. Schön, euch wiederzusehen, Mädchen. Schön, dich auch wiederzusehen. Guck mal, von der Siegelkammer berichten. Was wisst ihr noch über Benja-Lied? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegmehrscht. Ja, 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 klar, klar, klar. Ich habe den Zeitgen gesprochen. Wirklich? Erzählt. Nemoremnon also. Ein seltsames Geschöpf. Sagt Bescheid, wenn ihr noch mehr über ihn in Erfahrung bringt. Super. Hat voll geholfen. Sensationell. Aber naja, wenn du möchtest, kannst du auch aufhören. Wenn du möchtest. Warte mal. 30 Minuten. Der Zeitgeist war in der Kamera. Ja. Aber der Zeitgeist ist kein Element, ne? Nein. Ja. Wäre zu schön. Der Sven, der ist ja nicht mehr da. Der ist ja einfach selbstständig rausgekommen. Wenn er lief nochmal über den Garten. Es heißt im Garten, er brach und das auf das, dann steht noch mehr dummes Geschenk. Ja, ja, das hatte ich ja. Das soll mir vorerst reichen. Scheiße, das tue ich. Bis später. Halt durch auf dem Laufende. Ja. Ja. Ja, da können sie sich wieder raus. Ja. Hast du noch eine Idee? Wir pissen die Statue unten an den Füßen an. Ja, dann schnitt das Eis und kippt unten. Winst der Korrekt. Oh Mann, ey, das ist doch scheiße ist das. Was war das? Bunt, dass winst du? Ja. So eine Haupthalle. Ja. Verlige Stimme. Ja. Vielleicht habe ich was übersehen in der Haupthalle. Da habe ich auch keinen Geist. Ne, muss ja auch nicht überlegen. Kannst du einfach mal hier den drücken. Da ist auch keiner. Ne, da ist auch keiner. Ja, gut, okay. Jetzt wenn du Escape drückst. Escape drücke ich jetzt. Ja. Ja, das war Part Nummer 11. Ihr habt gesehen, wie toll ich spiele. Ich finde, es ging. Es ging, ja. Wir haben alle Geister gefunden. Ja, wir haben alle Geister gefunden. Ja, am Ende jetzt ginge kurz nicht. Fünf Minuten, die wir jetzt nicht weitergehen. Das ist so ein Landenhagen. Ja, irgendwas, irgendwas habe ich. Ich habe die Kammer gefunden. Du hast die Kammer gefunden? Ja, ich habe mit dem Zeitgeist geschnackt. Wir hatten eine kleine Videosequenz. Ja, von Satina. Zum ersten Mal hat man Satina gesehen. Im Spiel Satina aufs Ketten. Man Satina aufs Ketten. Man hat sie da auch nicht einmalen. Schon merkwürdig, ne? Ich glaube, warum kann man sich nicht mehr an sie erinnern? Weil Satina auf eingegriffen hat? Vielleicht? Weil sie den Garten war, wo sich kein Mensch mal daran erinnern kann, wenn sie da reingeht? Oh, oder so, ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So alles flügt sich langsam zusammen und wirft noch mehr Fragen auf. Ist Geron vielleicht das Kind aus des Zeitgeistes, wo der Zeitgeist der Mutter diese Maske gebastelt hat? Das ist mehr als unwahrscheinlich. Ist Geron vielleicht der Nachfahre von ihr, was ich im Moment auch bezweifle? Das glaube ich auch nicht, ne? Aber Geron und sie sind auf jeden Fall miteinander verbunden. Und mich würde es nicht wundern, wenn die sogar noch aufeinandertreffen. Weil der Zeitgeist durch die Zeitreisen, Zeitrisse reparieren. Ah ja. Schon sehr creepy alles. Sehr creepy, ja ja. Mal schauen, was noch auf uns zukommt. Im nächsten Part spielt natürlich der Drake wieder für euch. Ja. Und ich werde daneben sitzen und ihn auslachen und ihn ärgern und nein, ach Quatsch. Ich werde dich natürlich fleißig unterstützen, wenn mir was auffällt. Ja. 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 Drake, ne? In diesem Sinne. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Falls ihr kein weiteres Video verpassen möchtet und unterstellt dein Write, dann abonniert doch diesen Kanal. Ja. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das tun. Ja. Facebook, Homepage, die es zur Zeit nicht geht, obwohl zu diesem Zeitpunkt vielleicht ja schon wieder, weiß ich nicht. Das mag sein. Darf ich das verraten? Nein. Nein. War ich mir noch nicht sicher. Weil du dir noch nicht sicher bist. Okay. Ja. Allerdings unten in der Beschreibung. Oh, unten in der Beschreibung. Was wolltest du dir verraten? Ja, obwohl eventuell, wenn du es ja jetzt schon angefangen hast. Eventuell. Heute. Wenn erst heute anfängt, dann habt ihr ja wahrscheinlich morgen den ersten, beziehungsweise dann sind die Part schon draus, wenn ihr dieses Video wahrscheinlich guckt. Ja, also. Das müsste jetzt für uns nächste Woche Dienstag kommen. Na, Montag könnte man ein Video dann machen, wenn es dieses Spiel ist. Ja, wenn es dieses Spiel ist. Wenn es dieses Spiel ist, dann wird das Grandia 2 sein. Wenn es dieses Spiel ist. Der Drake will nicht Grandia 2 Let's Play. Vielleicht. Wobei ich mir denke, die Leute da draußen können vielleicht kein Englisch. Das ist nicht mein Problem. Ja, aber das Spiel ist ja auf Englisch. Und dann können die das Spiel ja nicht verfolgen und die Story und sehen nur ein Spiel auf Englisch. Wie gesagt, es ist nur eventuell. Also Walking Dead haben sie auch geschaut. Das war auch auf Englisch. Eventuell passiert das. Eventuell aber auch nicht. Vielleicht spielt der Drake auch was ganz anderes. Wer weiß. Ich bin gespannt. Ich tendiere zwischen Grandia und Outkast. Nicht Outlast. Outkast. Ich weiß, was du meinst. Aber das ist ja auch schon alt Bucket. Ja, aber es ist nice. Ja. Das will ja vielleicht auch keiner mehr sehen. Who knows. Vielleicht. Vielleicht spielt der Drake auch was ganz, ganz anderes. Ja. Er hat ja jetzt... Sieb Park. Sieb Park. Genau. Na, mal schauen. Auf jeden Fall im nächsten Part spielt der Drake für euch. Ich bin der Dodo und sage auf Wiedersehen. Ja. Ich bin der Drake und sage es ebenfalls. Heidi Ho, meine Freunde. Richtig. Bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, Cowboy Dodo sagt auf Wiedersehen. Ach Quatsch, ey. Der verabschiedet sich. Ja. Chulul. Chulul. Rangau. Wiederschauen. 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 Vielen Dank.